Hallo liebe Freunde vom Westend Verlag, hier zu ganz heute der Albrecht Müller, muss man nicht großartig vorstellen, Erfinder der Nachdenkzeiten, die es jetzt etwas über 20 Jahre gibt, Herr Müller? Nein, seit 2003, das sind gerade 16 Jahre. 16 Jahre, wir kommen auf die 20 Jahre. Naja, vor ungefähr 20 Jahren, ein bisschen länger, kann ich mich entsinnen, gab es eine Talkshow mit Werner Schneider, damals wurde auch schon diskutiert, dass die Einkommens- und Vermögensschere immer weiter sich öffnet, das waren allerdings damals, würde ich sagen, beschauliche Verhältnisse zu dem, was in den vergangenen Jahren eben noch passiert ist, dazugekommen ist. Jedenfalls sagte der Werner Schneider, naja, wenn es denn jetzt eben so ist und man politisch das nicht zurückdrehen kann, so kann man doch mindestens dafür sorgen, dass es sich nicht weiter öffnet. Was ist passiert, dass es sich weiter geöffnet hat? Es ist einiges passiert. Es ist zum einen passiert, dass von der deutschen Bundesregierung und von anderen auch ganz bewusst ein Niedriglohnsektor geschaffen worden ist, das heißt, man hat Instrumente eingesetzt, die das befördern, Hartz IV bei uns oder Leiharbeit und das zweite große Element war, man hat Propaganda gemacht, das hat schon sehr viel früher angefangen, also immer haben die Unternehmer und Arbeitgeber, die man besser halt nicht Arbeitgeber nennen sollte, sondern die Wirtschaft, die haben immer geklagt, die Löhne seien zu hoch und diese Art von Propaganda hat zumindest dazu geführt, dass viele Leute irgendwie das auch glaubten, das ist ja das Komische, dass auch Lohnbezieher manchmal glauben, dass die Löhne, die Löhne allgemein zu hoch seien, also sie setzen nicht unbedingt bei sich selbst an, aber ich kann nicht bedenken, dass manche auch persönlich bereit sind, ein Opfer zu bringen, damit die Wirtschaft floriert und diese Art von Propaganda kombiniert mit der politischen Untat, nämlich die soziale Sicherheit der Menschen, eben speziell die Arbeitslosenversicherung wegzunehmen und anders zu gestalten, mit Hartz IV und mit Agenda 2010, das hat dazu geführt, dass es nochmal einen Schub gab, aber der ist nicht erst mit Schröder gekommen, das zeichnete sich schon in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts an, dass die Löhne stagnierten im Vergleich zu den anderen Einkommen, zu den Unternehmereinkommen und Kapitaleinkommen. Das hatte wiederum sehr viel zu tun, was viele Linke auch nicht glauben wollen, viel damit zu tun, dass man eine negative, eine schreckliche Wirtschaftspolitik betrieben hat, nämlich nach Keynes eben umgekehrt nicht ankurbeln, sondern depressiv gehandelt hat. Markante Beispiele oder markante politische Taten dieser Art waren die Zinserhöhung der Bundesbank im Jahr 1992 auf 8,5 Prozent. Das hat richtig den Einheitsboom des Jahres 1990 folgende abgewirkt und hat dann weitergewirkt die ganze Zeit der 90er Jahre. Und dann kam eben Schröder und hat nochmal eine draufgesetzt, übrigens mit der Begründung, dass nicht die Konjunktur schlecht sei, sondern die Arbeitsmarkt so schlecht sei. Wir hätten so viele Arbeitslose, das ist mir letztlich nochmal auf den Tisch gekommen, was da behauptet worden ist. Und weil die Arbeitslosigkeit so hoch ist, deshalb muss man die Sozialkosten senken und muss den niedrigen Lohnsektor einführen, damit wir wieder wettbewerbsfähig werden. Wir heißt wir, heißt die deutsche Volkswirtschaft, die deutsche Wirtschaft. Und da ging es nicht um die Leute, die lohnabhängig Arbeiter sind, sondern es ging um die, die halt Gewinneinkommen haben. Es ist es ja aber so, dass die Leute dann aus den Statistiken raus sind, weil sie ja nicht einen Minijob haben oder was auch immer. Aber von denen lässt sich das natürlich überhaupt gar nicht leben. Geschweige denn zum Beispiel in Rentenkasseneinzahlen oder ähnliches. Da wird also schon getäuscht und getrifft. Inwiefern wird getäuscht und getrifft? Naja, Leute aus den Statistiken rauszuholen. Achso, ja klar. Das war ja eine parallel laufende Maßnahme mit den politischen Untaten, nämlich diesen niedrigen Lohnsektor anzustreben. Da hat man gleichzeitig auch noch dafür gesorgt, dass die Statistiken verändert wurden und dass dann der Erfolg dieser Maßnahme auch noch demonstriert werden konnte. Nämlich wir haben die Arbeitslosigkeit abgebaut. Und tatsächlich sind viele Leute in diesen Maßnahmen oder sonst wo. Und die Arbeitslosigkeit ist bei Weitem nicht so abgebaut worden, wie da überhaupt gekürt wird. Die Politik, die das geschaffen hat, wird von vielen Menschen bejubelt, begrüßt oder zumindestens still geduldet. Welche Mechanismen führen denn dazu, dass eigentlich eine Politik, die nicht für die Mehrheit der Gesellschaft gemacht ist, trotzdem durchgewogen wird? Sagen wir mal von einer Mittelschicht, die ja immer noch, ich weiß nicht, knapp 60 Prozent der Gesellschaft ausmachen soll. Was gibt es da für Mechanismen? Also, was gibt es da für... Also, erstens mal ist es ja nicht so, dass die nur so eine große Zustimmung kriegen. Also, man muss sich da nur mal die Wahlergebnisse der CDU angucken und die Wahlergebnisse der SPD. Also, das ist alles zurückgegangen und die AfD ist gestiegen. Und da in diesem AfD-Potenzial steckt aus meiner Sicht auch durchaus ein Protestpotenzial von diesen Seiten. Die Wahlbeteiligung ist im Durchschnitt gesunken, seit 1972 sowieso, als wir 91,1 Prozent hatten und jetzt ist es ja bei 60 Prozent oder wie viel. Also, die Leute sind aus der Politik ausgeschieden. Und dass die Mittelschicht ansonsten, oder dass einige aus der Mittelschicht mitmachen, das hängt auch wieder an dem, was dort agitiert wird. Und das hängt halt auch daran, dass die Leute keine andere Perspektive sahen und dann halt dachten, das sei doch alles richtig gemacht worden. Aber das ist ein Ergebnis der Propaganda. Glauben wir nicht in der Frage alles. Denke selbst. Hier werden sehr viele dieser Techniken geschrieben, die schon mehr oder weniger über Jahrzehnte jetzt bald Anwendung finden. Die nach der Seite selber berichten über viele Themen, die sonst gar nicht Eingang finden in die Berichterstattung auch. Werden ganz wahrscheinlich strukturell bedingt rausgehalten. Weil nach den Zeiten findet man das. Ist Ihr Eindruck, dass das Vertrauen in die etablierten Medien, möchte ich mal sagen, Mainstream-Medien auch genannt, dass das Vertrauen im Singflug ist, oder? Das ist, denke ich schon, die Mehrheit der Leute glaubt da nicht mehr, aber man soll sich nicht täuschen. Es gibt halt immer noch viel zu viele Leser von Bild und es gibt immer noch viel zu viele, die Tagesschau glauben, so als wäre das etwas amtlich objektiv richtiges. Die gibt es immer noch. Und es gibt ganz viele Leute, die halt vor der Klotze hängen. Die Sehbeteiligung oder Seedauer ist ja von zwei Stunden auf dreieinhalb Stunden angestiegen. Das muss man sich mal vorstellen. Am Tag dreieinhalb Stunden Fernsehen. Und wenn man sich dann anguckt, was da kommt. Es kommen halt ein Krimi nach dem anderen oder es kommen in kommerziellen viele Rätselrate, Geschichten plus diesen festigen Auseinandersetzungen im Nachmittagsprogramm mit jungen Leuten. Da bin ich mal richtig erschrocken, schon vor Jahren darüber, welches Niveau das hat. Man muss das klar sehen, dass für ganz viele Menschen das nach wie vor der Kontakt zur Außenwelt ist und zur Meinungsbildung ist. Und dann kommen eben kommen eben die etablierten, auch bei den öffentlich-rechtlichen Sendern, die etablierten Sendungen wie Heute und Heute Journal und Tagesschau und Tagesthemen hinzu. Und diese sind über weite Strecken hoch manipulativ. Ja, sie lassen Ereignisse weg, so wie sie das anfangs gesagt haben. Sie bringen nur eine Sicht der Dinge. Also nehmen wir mal das Beispiel dieses Putsches, wie ich es nenne, in Bolivien. Das wurde dargestellt nicht als Putsch. Die Bundesregierung hat sich auch in dem Sinne geäußert, obwohl dieser Mensch gewählt war. Und es ist aber jetzt kein Putsch, sondern immer dann, wenn die Amerikaner entscheiden, einen Regime-Change irgendwo durchzuführen, dann stimmt die deutsche Bundesregierung dem zu. Sie machen alles mit. Sie haben das in der Ukraine mitgemacht. Sie haben das in Syrien mitgemacht. Sie haben das jetzt in Bolivien mitgemacht. Sie sind in Venezuela gegen den gewählten Präsidenten. Ich will ja gar nicht bestreiten, dass da auch da und dort Fehler gemacht werden. Auch in Brasilien. Lula hat Fehler gemacht. Aber bei weitem nicht solche, wie die Nachfolger, die dann von den Amis, de facto von den Amis eingesetzt worden sind. Und unsere deutschen Medien sind in einer Weise unkritisch geworden. Also die allgemeinen Privaten und die Öffentlich-Rechtlichen eben auch sind so unkritisch geworden, dass ich das nicht mehr begreife. Das ist so. Da hat offenbar ein Austausch von Personal stattgefunden, was dazu führt, dass das gehen kann, ohne dass dort jemand protestiert. Und ich will noch was hinzufügen. Das Verrückte ist, das positiv und negativ Verrückte dabei ist, dass es wieder, dass es auch ausgezeichnete Ereignisse und Formate in den deutschen Medien gibt. Sowohl gedruckte, wunderbare, recherchierende Artikel als auch in den Rundfunk- und Fernsehanstalten. Es gibt gute Beispiele. Aber das Verrückte ist, dass das im Grunde, wenn man ganz nüchtern ist, zur Glaubwürdigkeit dieser Medien beiträgt. Und damit wird auch die Glaubwürdigkeit jener Sendungen erhöht, wo wir nur manipuliert werden. Damit spreche ich nicht gegen diese guten, gut recherchierten Sendungen und Artikel. Aber man muss das nüchtern betrachten, was damit geschieht. Und was ich beobachtet habe, ist eben, dass man sehr schöne Aufteilungen machen kann. Die kritischen Artikel und die guten, kritischen, recherchierten Artikel kommen zu Themen, die nicht in eine Kampagne passen oder die eine Kampagne der Meinungsbeeinflussung bis hin zur politischen Entscheidungsbeeinflussung nicht berühren. Sondern die sind dann zu anderen Themen, die auch wichtig sind, aber die nicht so relevant sind für politische Entscheidungen, mit wenigen Ausnahmen. Ein Thema, was auf den Nachdenkseiten in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder präsent ist, ein sehr wichtiges Thema, ist der Fall Julian Assange. Von allen Medien liest man am meisten in diesem Fall bei Ihnen auf den Nachdenkseiten. Normalerweise müsste das ja der Spiegel, müsste große Storys bringen, der Sternen, alle Blätter, die früher vor 30, 40 Jahren aufklärende Blätter waren, die sind heute auf der anderen Seite. Wenn ich das richtig sehe, ist der Gesundheitszustand extrem schlecht und die Nachdenkseiten befürchten sogar, dass es möglicherweise zum Äußersten kommt. Ich will den Assange, dass alles nicht überleben wird. Wäre das nicht ein ganz fataler Umstand, wenn auch nach so einem Fall im Prinzip alles weitergeht wie bislang? Oder könnten Sie sich vorstellen, dass es eine Zäsur darstellen könnte? Das wäre schön, wenn es eine Zäsur darstellen würde, wenn dann die Leute aufwachen würden oder auch wenn die Medien mal in sich gingen. Aber es ist ja zu befürchten, dass diese Art von Zäsur nicht stattfindet. Man muss sich doch mal überlegen, was bisher schon gelaufen ist. Da ist ein Mensch, der wirklich Verdienste hat im Aufbau dieser WikiLeaks Organisation. Der hat etwas veröffentlicht, seine Leute haben etwas veröffentlicht, was den USA schadet. So meinen die dort. Wenn sie es anders disponiert wären, dann könnten sie ja vielleicht sagen, es hat unsere Demokratie genutzt, denn es sind Machenschaften sichtbar geworden. Der Regierung in der USA, muss man dazu sagen. Der Regierung. Der Menschendeutigen wahrscheinlich auch anders. Der Menschendeutigen auch anders, aber etwas der Regierung oder dem, ja, mit der Regierung schadet. Und in früheren Zeiten hätte man diesen Umgang mit diesen Menschen, der eben dadurch gekennzeichnet ist, dass er nicht gefeiert wird als Demokrat und als großer Förderer der Demokratie, sondern verhasst wird als einer, der den amerikanischen Interessen angeblich geschadet hat, dass dieser Mensch so behandelt wird, wie das jetzt geschieht, unmenschlich und wirklicherweise mordend, dass das kein großes öffentliches Thema ist. Wir haben vorhin über die sich weiter eröffnende Einkommens- und Vermögensschere besprochen. Ich möchte das jetzt mal ganz pauschal als soziale Frage bezeichnen. Daneben gibt es selbstverständlich die Frage nach Frieden, respektive Krieg, auch gerne als geostrategisch oder geopolitisch verarmlost. Und es gibt selbstverständlich die große Diskussion um den Erhalt unseres Ökosystems, den Erhalt des Klimas. Das sind, glaube ich, die drei großen politischen Felder, die uns, egal wo, auf dieser Welt beschäftigen. Welches von diesen drei würden Sie sagen, ist möglicherweise eine Art Nukleus, aus dem sich die anderen ergeben? Oder wenn dies gelöst wäre, wäre es auch leichter? Also den Zusammenhang zwischen Klima und Krieg und Frieden sehe ich nicht in dieser Art. Das kann oder wird voraussichtlich beides sehr bedrohlich für uns. Aber ich sehe den Zusammenhang, also die gibt es natürlich, also es gibt kriegerische Auseinandersetzungen wegen Klimaveränderungen. Aber der drohende Krieg hier bei uns, möglicherweise ein Atomkrieg, der hat jetzt nicht unbedingt etwas mit der Vernachlässigung des Klimathemas zu tun. Das muss man ganz klar sehen. Ich will erstmal ein bisschen was zu diesem Krieg und Frieden Thema sagen. Ich war mit jungen Jahren schon als ganz junger Mensch, als jugendlicher politisch engagiert. Das hatte etwas mit Krieg und Frieden zu tun. In meinem Elternhaus, da kamen viele Ausgebombte und Flüchtlinge und Kriegsgefangene durch. Und alle hatten auf dem Lippen nie wieder Krieg. Und dann habe ich erlebt, wie schon 1950 Adenauer die Wiederbewaffnung eingeführt hat. Und das war der erste Schritt dazu, dass man doch noch irgendwie Krieg führen könnte, mal irgendwann, wie jetzt. Und damals gab es Widerstand von dem späteren Bundespräsidenten Heinemann und einigen seiner Freunde. Da war ich schon politisch überführt und habe Plakate geklebt in der damaligen Zeit. Aber das war ein tolles Thema und ich habe das in dem Buch beschrieben. Und es gab schon Leser, die gesagt haben, das habe ich alles nicht gewusst. Ich habe nicht gewusst, dass es damals einen Widerstand gegen die Wiederbewaffnung gab. Ich habe nicht gewusst, dass es die Chance gegeben hätte, die deutsche Einheit damals schon zu erreichen, wenn wir verzichtet hätten, in die NATO zu gehen. Wenn wir neutral geblieben wären mit der DDR zusammen und dann eben wieder vereinigt. Welch eine tolle Chance mit Vermeidung von Chancen von vielem Leid hätte er es gegeben. Und das ist nicht einmal geprüft worden von der damaligen Regierung. Ich setzte das davor, dieses Beispiel. Weil sich daraus auch vieles andere in meinem Engagement dann in der eigentlichen Entspannungspolitik der 60er und 70er Jahre erschließt und ableitet. oder weil das einfach weitergegangen ist. Und da habe ich eben gelernt, was wichtig ist bei Willy Brandt und Egon Bahr und anderen, dass die amtierende Politik, dass die führenden Leute gesagt haben, wir müssen Vertrauen bilden, um uns zu verständigen. Wir müssen uns in die Lage von denen versetzen. Das heißt, wir müssen auch endlich mal begreifen, dass die Sowjetunion, die Russen und andere Völker der Sowjetunion, dass die 27 Millionen und ein zerstörtes Land hinnehmen mussten mit 27 Millionen Tote. Das müssen wir mal begreifen. Und jetzt wache ich auf, nicht weil ich geschlafen habe, sondern ich wache auf, weil das so dramatisch ist und erlebe, dass alles vergessen ist. Es ist vergessen worden, dass man sich in deren Lage versetzen muss. Es ist vergessen worden, dass man Vertrauen aufbauen muss. Es wird das Gegenteil gemacht. Und die alten Begriffe der 50er Jahre, nämlich Politik der Stärke und Abschreckung, das taucht heute wieder auf als politisches Konzept. Welch ein Rückschritt. Also das ist etwas, was mich umtreibt. Jetzt bin ich schon so alt und ich erlebe jetzt in diesem Alter nochmal eine richtige Regression. Ich will es übersetzen, ein Rückschritt im Denken, im konzeptionellen Denken der Politik. Welch ein Wahnsinn. Es gibt aber nicht nur diese Politik der Abschreckung. Ich glaube von Egon Barstand der Satz, den er zu Schülern gesprochen hat. Wann immer man ihnen erzählt, es ging um Menschenrechte, glauben sie das nicht. Es geht immer um Bodenschätze oder um andere politische Dinge. Es ist nicht auch so, dass wir heute viel erzählt bekommen, die Menschenrechtssituation und der Werte. Ja, das wäre richtig. Und in Wirklichkeit gibt es viel tiefer liegende oder ganz andere Gründe dafür. Das ist richtig. Es wird, vielleicht habe ich das vergessen hier als Methode der Manipulation. Man redet von Werten, von Demokratie, von Freiheit und verdeckt damit, dass es um ganz banale imperiale Interessen geht. Und zwar um Geld und um Ressourcen und um Bodenschätze und um was der Kuckuck auch immer. Egoistischer, egozentrischer Art. Das ist, dass Egon Bar das so gesagt hat, dass das immer gegolten hat, würde ich es richtig verstanden, stimmt natürlich nicht. Das war ja das Markante doch an der Politik, die er mitgemacht hat als der Mitarbeiter von Willy Brandt, als Staatssekretär im Auswärtigen Amt. Die Verhandlungen, die er geführt hat mit Prag, mit Baschau, mit Moskau, war doch, dass wir das gerade nicht gemacht haben. Da ging es doch nicht um diese Sachen, sondern wir haben gesagt, es geht uns um sich verständigen, um Austausch, um wirtschaftliche gemeinsame Sachen in der Zukunft. Also eine ganz andere politische Konzeption und das, glaube ich, sollte man auch immer wieder scharf herausheben. Das war eine andere Konzeption und die war ausgesprochen fruchtbar. Und wenn Leute nur an ökonomische Kriterien denken können, dann kann ich nur sagen, sie war auch ökonomisch sehr vernünftig. Sie hat nämlich uns die Möglichkeit gegeben, abzurüsten, zumindest anzufangen. Es hat uns die Möglichkeit gegeben, dass Raketen abgezogen werden aus Mitteleuropa und aus Osteuropa. Lauter große ressourcenschonende Fortschritte, das muss man doch mal sehen. Und alleine schon das ist etwas, was einen sofort auf die Bühne bringen müsste, um dasselbe nochmal zu fordern und zu erholen. Wenn ich das richtig weiß, sind Sie immer noch Genosse? Ja, Sie meinen Sozialdemokraten. Sozialdemokraten, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wann war der Zeitpunkt, würden Sie sagen, wann das friedenspolitische Rückgrat der SPD verschwand? Wenn wir dem Jugoslawienkrieg 1999. Und es ist aber schon vorher, ich habe da viele Details erlebt und so weiter, es ist schon vorher gebrochen worden. Kann ich ganz konkret erzählen. Die SPD hat 1989 beim Parteitag in Berlin, ein Grundsatzparteitag und ein Grundsatzprogramm verabschiedet. In diesem Grundsatzprogramm steht drin, dass wir anstreben, dass beide Blöcke aufgelöst werden, der Warschauer Pakt und die NATO. Da steht drin, dass unser Konzept der Sicherheit sein soll, dass wir an einer gemeinsam verabredeten Sicherheit zwischen West und Ost arbeiten, also einschließlich Russlands. Es ist darin verabredet, dass wir uns vertragen, dass wir gemeinsame Entwicklungspolitik machen und so weiter und so fort. Also einfach ein Grundsatzprogramm für die Zusammenarbeit und gegen die militärische Aufrüstung. Und dann ist schon von den Amis sehr früh begonnen worden, das alles unmöglich zu machen, indem sie einen Krieg nach dem anderen begonnen haben. Und dann hat man halt auch in Deutschland indoktriniert. Und dann hat man nach der Wahl 1998 war Schröder der designierte Bundeskanzler und Joschka Fischer der designierte Vizekanzler in Washington. Und da ist ihnen offensichtlich, von wem weiß ich nicht genau, ob vom Geheimdienst im Außenministerium oder von Clinton selbst, das Versprechen abgenommen worden, an dem Kosovo-Krieg mitzuwirken. Und das war der entscheidende Bruch. Und alles war vergessen, was man da vorher beschlossen hat. Der Oskar Lafontaine hat diese Woche, glaube ich, in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau, was sehr schön ist gesagt, schön insofern, weil es eingängig ist. Es ging um den Parteiaustritt und so weiter und so weiter. Und er sagte, die meisten seien in der Partei geblieben und seien aus dem Programm ausgetreten. Der wäre in dem Programm geblieben und eben aus der Partei geblieben. Sehr schön. Das ist sehr gut gefallen. Ich bin im Programm geblieben und bin halt noch drin geblieben. Und das kann ich auch ganz einfach erklären. Es gibt aus meiner Zeit als Bundestagsabgeordneter in der Südpfalz und aus meiner Zeit davor noch ganz viele Freunde und Bekannte und auch aus der Zeit der Nachdenkseitenmacherei viele, die Sozialdemokraten geblieben sind. Und die möchte ich nicht enttäuschen. Das ist das erste Motiv. Das zweite ist, dass ich frage, jetzt frage ich Sie, wie wollen Sie eine Mehrheit gegen die Rechtskonservativen und Frau Merkel schaffen, wenn Sie auf der anderen Seite die SPD nicht dabei haben? Ja, ich klage das ja gar nicht an. Ich wollte nicht mehr sagen, deswegen, weil es Exponenten gibt wie Sie. Es gibt andere, schwingt immer auch noch mit, im Prinzip ist das eine Partei, die da sein muss. Sie muss mit einem guten Programm gefüllt werden, mit guten Köpfen, aber das Programm ist im Prinzip schon da. Ja, richtig. Die SPD hat sich total verändert und ob es da noch eine Hoffnung gibt, dass es sich im guten Sinne zurück verändert, das weiß ich nicht. Aber eindeutig ist klar, dass wenn wir alleine auf die Linkspartei und die Grünen angewiesen wären, die sich ja auch verändert haben, um einen Gegenpol gegen die Konservativen zu schaffen, dann haben wir eh verloren. Und insofern kann man nur darauf setzen, dass sich so jemand, so wie die Partei, wie es Sozialdemokratie erneuert. Ob das gelingt, da weiß ich auch nicht. Aber Sie sehen dann an meiner Freundschaft zu Oskar Lassonteen und zu Sarah Wagenlecht, dass es durchaus möglich ist, dass man halt in zwei politischen Parteien arbeitet. Ich bin bei der SPD auf sehr verlorenen Posten, da gibt es nicht mehr sehr viele von meiner Sorte, aber es gibt einige. Er schlägt auch vor, dass die Linke und die SPD wieder zusammen. Ist das ein realistisches? Wie realistisch ist es wahrscheinlich nicht so sehr, aber es wäre zu hoffen, dass sowas geht. Aber insgesamt haben zunächst mal beide Parteien, die Linke und die SPD, daran zu arbeiten, den Zugriff auf ihre Innereien zu verhindern. Das ist doch das, was wir heute erleben. Die Rüstungswirtschaft hat ihre Finger in der SPD. Die Amis haben ihre Finger in der SPD. Und sie haben es in der Linkspartei inzwischen auch. Und das muss abgewertet werden, die Fremdbestimmung durch Außenkräfte, durch Kräfte von außen. Das ist das Entscheidende, dass es abgewertet wird, damit in den Parteien wie SPD und Linken, und bei den Grünen ist es ganz genauso, damit da wieder die traditionellen, guten, programmatischen Ansätze zum Tragen kommen. Und nicht Leute, die gekauft sind, politisch korrumpiert sind. Das ist doch das Tragische, dass wir in weiten Bereichen politisch korrumpierte Leute haben. Also Joschka Fischer ist so eng mit Madeleine Orbreit gewesen, dass ich da an Unerregigkeit nicht mehr glaube. Rudolf Scharping war so eng mit den Amerikanern zusammen, vorher anders. Er hat 1991 gesagt, wir Rheinland-Pfalz dürfen nicht der Flugzeugträger der Amerikaner der USA in Deutschland, in Europa sein. Und dann hinterher, wann er da in Amerika war, nachdem er Ministerpräsident war, war das alles ganz anders. Und so können sie einen nach dem anderen durchgehen. Wir haben Abhängigkeiten, richtig enge Abhängigkeiten deutscher Politiker von USA. Und ich sage zum Schluss nochmal was ganz Wichtiges aus meiner Sicht, wenn wir es nicht schaffen, uns von den USA zu befreien, wird es weiterhin keinen guten, friedlichen und auch keinen sozialen Weg in Deutschland und Europa geben. Wo ist denn die Deutschen Europäer gemeint jetzt? Ja. Denn andere Länder sind doch genauso abhängig von denen. Denken Sie ans Baltikum, denken Sie an Polen. Die sind doch wenig wie der 49. oder 51. Staat. Wie viele sind es sowas? 50 oder was. Die nächsten zwei. Ist der Satz von Macron, kein Liebling der Nachdenkseiten sonst, die NATO sei Hirntot, ein Zeichen aus Frankreich, dass man das dort ähnlich sieht? Ich glaube, der hat es ganz anders gemeint. Der hat es nur gemeint, dass die nicht genügend gut gemanagt werden. Ich glaube nicht, dass er gemeint hat, die NATO sei überflüssig. Das hätte man völlig falsch interpretiert. Zum Schluss... Entschuldigung, er meinte ja wahrscheinlich, dass wir in Europa militärisch mehr aktiv werden müssen. NATO ist Hirntot. Er braucht die Bundeswehr und andere, um die Abenteuer in Afrika zu machen. Und deshalb sagt er, die NATO ist Hirntot. Also da bin ich so misstrauisch bei diesem Präsidenten, dass ich diese Interpretation nicht nachvollziehen kann. Zum Schluss die Frage nochmal zur SPD. Steht das eine große Entscheidung an für die verbliebenen Mitglieder? Wer macht das denn? Ja, das ist ja auch ein Musterbeispiel dafür, dass leider direkte Demokratie sehr schlecht funktioniert. Also jetzt haben die SPD-Mitglieder einmal gewählt und jetzt wählen sie nochmal oder entscheiden sie nochmal, wen sie gerne haben möchten, Scholz plus Partnerin oder Walter Borjans. Und die Waagschale hat sich nach den Eindrücken zugunsten von Scholz und Partnerin gesenkt. Also dass die die Mehrheit kriegen könnten und das eindeutige Ergebnis eines guten Managements, nämlich die Grundrente genau so zu legen vor diese Wahl und den Scholz groß herauszustellen. Also als hätte er das verhandelt. Es war ja nicht selbstverständlich, dass der Finanzminister im Fernsehen die Grundrente verkündet. Das wäre eigentlich eine Angelegenheit des Arbeits- und Sozialministers heil gewesen. Der trat nicht so auf. Scholz trat auf. Und auch ansonsten wurde eine Propaganda nach der anderen gemacht. Und dann ist am Ende dieser eigentlich volksnah gedachte Entscheid oder parteimitgliedschaftsnahe Entscheid, der wird zu einem von den Medien und von den großen Arrangeuren der Ereignisse bestimmten Akt. Also die Sozialdemokraten lassen sich da von den, auch an diesem Punkt von den Medien extrem beeinflussen oder haben sie nicht durch ihre Parteiarbeit vor Ort in den Kreisverbänden? Nein, das ist ja eines der Elende. Man könnte ja vermuten, dort wo Mord ist. Nein, das war schon bei der Agenda 2010 so. Da hat damals noch Nahles als Linke versucht, gerade Jusos oder was auch immer, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall hat sie 2003 gesagt, wir machen eine Mitgliederentscheidung. Die Mitgliederentscheidung, ich habe damals schon geschrieben, diese Mitgliederentscheidung wird von den Medien bestimmt. Die Medienniederungen sind von Gerhard Schröder und Agenda 2010 Befürworter beeinflusst. Und dieser öffentliche Druck wird dazu führen, dass die Mitglieder sich so entscheiden, dass Schröder gewinnt und nicht Frau Nahles damals. Und so ist es auch jetzt wieder. Da kann man eigentlich nur die Haare raufen, wie sich das entwickelt hat. Eine Kollegin gewissermaßen von Ihnen, eine auch bundesweit bekannte Sozialdemokratin sagte mir kürzlich, wenn es Scholz wird, ist es endgültig vorbei. Teilen Sie das? Ich teile schon, dass das eine deutliche Verschärfung der Inhaltslosigkeit ist. Und er, anders als er denkt, und weil er in Hamburg mal gut abgeschnitten hat, ich glaube nicht, dass er er revieren wird. Ich halte ihn weder inhaltlich noch vom Erscheinungsbild her für einen guten Kanzlerkandidaten. Parteivorsitzender auch nicht? Ja, der wird natürlich Parteivorsitzender werden, um Kanzlerkandidat zu werden. Der wird doch ganz klar, der wird doch als Vizekanzler, der ja schon komischerweise ist, werde doch nicht zurückzudrehen und sagen, ich bin jetzt zwar Parteivorsitzender, aber das Amt als Bundeskanzler will ich nicht. Das wird natürlich nicht passieren. Und dann steht er zur Wahl und dann werden die Leute erkennen, denke ich, dass der die Substanz nicht hat, die programmatische Substanz, die menschliche Substanz nicht hat, um dieses Amt auszufüllen und dann werden sie heute einen Konservativen wählen. Herr Nullau, vielen einfaches Gespräch. Bitte, bitte. Gern geschehen. Die rote Fiebel der Manipulation. Tolles Buch. Auf Platz 3. Das muss doch den Verleger freuen. Tut es auch. Ja, und das wird schon seit Wochen. Vielen Dank. Den ganzen Verlag. Dankeschön. Den Autor auch.